jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur gerade wurde der nächste terra titan raid angekündigt und es wird dieser dude hier prigaron ich hatte beim letzten mal ja schon erzählt welche drei nächsten titan raids vorkommen werden prigaron war dabei ich hatte zwar auf ein anderes pokémon gesetzt aber prigaron auf jeden fall vorhergesagt das ganze mit terra typ stein und wenn ihr das video sehen wollt welches die nächsten beiden terra titan raid sein werden dann schickt einfach mal das video hier oben ab hier ist die meldung nächstes wochenende vom 12 mai bis zum 14 mai und das wochenende drauf vom 19 bis zum 21 mai wird es prigaron mit terra typ stein in den raids geben und ich habe schon mir ein paar gedanken gemacht ich denke mal eisenhand und epitaph werden wieder richtig richtig regeln gerade epitaph wird bestimmt sehr gut wieder sein epitaph war ja auch weil gegen intelion echt richtig richtig gut und ich kann mir vorstellen dass auch gegen prigaron terra stein sehr sehr gut sein wird ich werde diesen freitag das erste mal nicht den titan raid streamen weil diesen freitag kommt zelda tears of the kingdom raus und ich werde bestimmt dort den ganzen tag drin hängen nichtsdestotrotz wird es aber freitag morgen von mir ein counter video geben so wie ihr das gewohnt seid wenn ihr da nichts verpassen wollt gerne follow auf dem kanal da lassen oder wie gesagt twitter checken die mich selber ein like auf dem video freuen und sagen bis zum nächsten mal leute haut rein